So, hallo, wir machen weiter, jetzt machen wir weiter, bei Kirby und das Vergessene Land. Letztens haben wir uns ein paar Secrets wieder angeschaut und jetzt geht es hier einfach nahtlos weiter zur Versammlung des Bestienrats. Ich erwarte, wie gesagt, das sieht aus wie so eine Arena, ich erwarte eine Art Mini-Boss-Wash, wobei das hat man schon bei der Brücke, so eine Art Mini-Boss-Wash. Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert, aber es sieht aus wie so eine Art Arena. Erstmal zurückgucken, ich muss ja gleich wieder nach Secrets schauen. Kann ich die Fahne da oben? Nein, kann ich nicht ran. Okay, hier gibt es schon wieder, hier gibt es schon wieder Dinger. Ja, euch meine ich. Und da ist auch schon dieses Ding, also man kommt gleich hin. Es hätte jetzt auch sein können, dass man da erst später hinkommt. Aber das sieht nicht an. Hier kann ich rein. Aha. Da geht es noch weiter. Ah, das war auch ein Secret. In die geheime Passage vordringen. Oh lol, hier gibt es das Ding. Okay. Und das kommt sogar wieder, das heißt, das kann ich, selbst wenn ich das jetzt aufbrauche, ich kann das wieder einsetzen. Sick. Lol. Okay, ja, das war doch schon mal schön. Oh, hier gibt es... Ja, also, das wirkt schon alles sehr wie jetzt eine Art Bosskampfgedingse. Na? Aber jetzt behalten wir es mal den Kollegen, weil der könnte auch für eine Mission gut sein. Dass wir das einsetzen... Ja, Bosswasch, okay, was zum... Nice. Oh lol. Ich frage mich, jetzt kommt gleich der nächste oder kann ich jetzt mir nochmal den Kugelblitz holen? Oh! Ich kann nicht mehr zurück. Das ist ja auch wieder interessant. Okay, man kann den Kugelblitz nur einmal einsetzen. Aber ich gucke mir jetzt hier erstmal um. Nicht, dass da noch irgendwas ist. Ich meine, hier fahren wir dann weiter, das verstehe ich, ja. Kann ich da rauslaufen? Nein. Okay, schade. Ist hier wirklich nichts mehr? Lauf ich hier gerade umsonst rum? Na gut. Dann will ich das mal glauben. Und hiermit kann ich auch nichts anfangen, ne? Der fällt auch nicht hier zurück. Nee, der fällt hier auch nicht zurück. Okay, gut, gut, ist in Ordnung. Ist gebongt. Aha. Es ist jetzt mit Zeit. Oh shit. Kann ich mich nicht so viel umgucken, wie ich gerne möchte. Schisch. Aber wir sind schon da, ne? Ja, wir sind okay, das war. War jetzt nicht das Problem. Erster Waddel, die Gefühndin. Die Frage ist, ist hier noch mehr mit dem Auto? Aber es sieht nicht danach aus, dass ich hier noch irgendwas anfangen könnte. Okay. Kann ich da rein? Nein. Nee. Okay. Neuer Versuch? Nee, braucht man nicht. Alles gut. Alles gut. Okay. Also es ist eine Mischung aus Bosswash und Level. Sehe ich das richtig? Okay, aber jetzt kommt gleich der nächste Boss. Wenn es der Reihe nach ist, müsste jetzt der Baum kommen. Wenn es wirklich der Reihe nach geht, müsste jetzt der Baum... Aha. Gibt es hier noch mehr? Nein, diesmal war es nur eine Kapsel. Okay. Also wenn es der Reihe nach ist, müsste jetzt der Baum kommen. Ja, dann nehmen wir das Feuer mit. So viel zum Baum. Dann nehmen wir das Ding hier mit. Okay, das ist alles nur Deko. Kann ich hier rüberfliegen zu irgendwo hin? Oder segle ich da nur runter und da ist einfach nichts? Ah, schade. Oh mein Gott, wie groß er einfach gewesen ist. Wie groß ich ihn gerade einfach im Bild hatte. Holy moly. Oh, das sieht auch cool aus. Also, so groß kriege ich den gar nicht mehr ins Bild. Jetzt fliegt er nämlich nicht mehr so bis davor. Das war nur, weil die Kamera nicht mitgekommen ist. Das war ja lustig. Okay, so. Ah, ist da unten noch was? Wait a moment. Kann ich da noch irgendwo rein? Äh, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Okay, okay. Dann will ich das mal glauben. Okay, also dann auf in den Kampf. Okay, wir sind auch gleich in der Phase. Ich habe mich schon gefragt, ob es jetzt erst die erste Phase wieder kommt. Wir sind gleich in seiner Hauptphase. Da ist eine Truhe. Aber da komme ich noch nicht ran. Okay. Später dann. Okay, der hält nicht viel aus in der Phase. In der Form. Das war nicht so gut. Oh, oh. Meine Energie ist nicht so besonders. Aber deine auch nicht. Tschüss. Okay. War jetzt nicht der beste Kampf. Aber ich fürchte, eine Mission wird sein, keinen Schaden zu nehmen. Oh. Okay, besiege Gürteltor innerhalb von 1,30. War eine Mission. Sehr interessant. Sehr interessant. Dann war bei dem Affen schon mal keine Mission, weil den habe ich ja so schnell besiegt und auch ohne Schaden zu nehmen. Also das war ja dann, ne? Dann war da keine Mission, weil die hätte ich ja beide erfüllt. Nur bei Gürteltor war dann nochmal eine Mission versteckt. Okay. Oh mein Gott. Manchmal ist es eine überlunsichtbare Wände und dann mal wieder gar nicht. Aber dann fragt man... Scheiße. Dann fragt man sich, ob man da hin kann. So viel dazu kann man nicht. Okay, das könnte jetzt kritisch werden, energietechnisch. Ahem. Okay, wir haben Energie bekommen. Ja, so viel dazu. Zu bald. Nein, passt. Passt, passt. Alles gut. Mehr Energie? Ja. Nein, ich hätte... Nein, ich hätte... Okay, aber ich kriege bestimmt so einen Stern. Versuch. Ja, ja, genau. Ich kriege so einen Stern. Alles gut, alles gut. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja. Da muss ich unten lang rollen. Okay. Aber davon wird es mehr Energie. Das ist in Ordnung. Scheiße. So, und jetzt einfach unten rein. Ne, hier noch nicht. Hier jetzt einfach unten rein. Zack. Alles klar. Sehr schön. Das war dann auch der dritte Waddle Dee. Den wir vermisst hätten. Und dann komme ich jetzt hier raus. Ja, alles klar. Ergibt Sinn. Ich glaube, wir haben volle Energie, aber wir können nochmal kurz den Kollegen hier... Nein, wir haben volle Energie. Passt. Dann brauchen wir jetzt auch gar nicht einschlafen. Kirby, du brauchst nicht schlafen. Oh mein Gott. Du hast volle Energie, du brauchst nicht schlafen. Danke. Okay. Okay. Okay, ich will mein Schwert. Ich will auf jeden Fall... Nein, jetzt habe ich keine volle Energie mehr. Ach man, aber ich will mein Schwert trotzdem. Vielleicht kriege ich wieder volle Energie. Vielleicht kriege ich bis zum nächsten Kampf ja wieder volle Energie. Das wäre cool. Ich will meinen Schwertschuss haben. Oh. Ja, ich kriege Energie. Okay, das ist gut. Und es kommt... Ist das der Baum? Ne, das ist die Katze. Okay. Das ist die Katze. Aber auch da will ich mein Schwert haben. Das passt schon. Oh, die war frech. Kann ich die einfach schon zersäbeln? Nö. Erst jetzt. Tatsandra. Ah, sie geht auch gleich in ihre Phase, okay. Ach, ich trottel. Ich trottel. Ich habe wieder vergessen, wie sie funktioniert. Es ist unfassbar. Ah, jetzt geht die wieder gleich hoch. Ja, kommt gleich her. Ist in Ordnung. Es wird jetzt irgendeiner von den Kämpfen wird safe sein, ohne Schaden und so ein Blödsinn. Das habe ich jetzt natürlich schon versaut. Ja, das wäre bei ihr auf jeden Fall machbar. Das ist die einfachste Variante von ihr. Die hält auch nicht viel aus. Das passt schon. Könnte man machen. Müssen wir aber nochmal hinspielen. Ich hoffe, dass nicht so eine Mission kommt. Aber ich könnte es mir vorstellen. Gerade wenn wir jetzt gesehen haben, Dings hat auch eine Mission gehabt, ne. Aber wie viele Missionen? Es fehlt eigentlich nur eine Mission. Also, wenn ich Glück habe, ist es nicht eine Mission bei einem Boss. Wenn ich Glück habe, ist es keine Boss-Mission. Aber wir werden sehen. So, der Baum fehlt noch. Hier außen ist nichts. Wirklich? Warum darf ich dann da langlaufen? Einfach so? Oh, wir fahren gleich Achterbahn. Okay. Wir fahren gleich Achterbahn. Das ist ja auch interessant. Aha. Oh, neuer Wind. Neue Winddings. Nice. Nice. Okay, hier ist nichts. Gut. Ab dafür. Hui. Okay, was muss ich alles einsammeln? Ich meine, das Gute ist, wir wissen, wenn wir was verpassen sollten. Aua. Wenn wir was verpassen sollten. Erstens sehe ich es. Und zweitens kann ich da dann nochmal machen. Na, wenn ich jetzt irgendwelche Schalter verpasse, dann wissen wir ja, wo sie sind. Wir können es nochmal probieren. Und die Schalter, die ich gerade drücke, sind alle auf freiwilliger Basis. Also, wenn man die nicht drückt, macht man nachher irgendwas nicht auf. Das ist alles. Okay, wir haben die Schalter. Wir haben die Schalter. Das ist für den Woddle Dee sehr gut. Dann haben wir alles richtig gemacht. Prima. Woddle Dee Nummer... Wait. Scheiße. Okay, wo ist Woddle die Nummer 4? Hier ist auf jeden Fall nochmal was. Eine Kapsel. Aber die brauche ich gerade alles gar nicht einsammeln, weil ich jetzt mit dem Stern zurück muss. Oh, Mist. Oder wir gehen halt nochmal rein und suchen dann. Komm. Wir gehen nochmal rein aus zwei Gründen. Ich sehe dann, was die dritte Mission ist. Ja, das ist eigentlich der Grund. Ey, ich sehe, was die dritte Mission ist. Die uns noch fehlt. Ansonsten muss ich es vielleicht eh noch dreimal oder so machen und das will ich nicht. Okay, ja, ich habe es mir gedacht, Tazandra ohne getroffen zu werden. Ich habe es mir gedacht. Es war, es war eigentlich, es war eigentlich klar, dass sowas kommt. Gut. Uh. Uh. D, D, D. Alles klar. Okay. Gut, also dann jetzt nochmal. Ja, das ist dann das letzte Level. Showdown des bestien Rudels. Okay, klingt auch krass. Ja, jetzt geht da wieder was auf. Das können wir dann danach noch machen, wenn noch Zeit ist. Aber das ist schon, huh. Also der, der, der vierte muss ja zwischen dem dritten und dem fünften sein. Und der dritte war nach der Rolle. Der dritte war nach der Rolle. Also musste es in dem Tazandra-Abschnitt sein, aber da war ja nicht mehr viel. Ha. Aber was man, ich habe gerade überlegt, ob man es schafft, diese Fähigkeit hier zu behalten und die bei Tazandra einzusetzen, aber schafft man ja nicht. Also, kann man ja nicht schaffen. Weil man darf ja nicht zurück und ich kann aber auch nicht ohne die, also ich kann aber auch nicht kämpfen. Wait, doch kann ich. Doch, das kann ich. Okay, wir probieren jetzt was ganz Verrücktes. Mal schauen, ob das funktioniert. Ah, das wird aber vor allem gegen Gürtelturm wird das nervig. Hahaha. Schade. Nein, ich trottel. Okay. Er ist down. So. Ersten Kampf und wir haben die Fähigkeit behalten. Es ist zwar albern, aber es ist mir egal. Ich will es ausprobieren, ob das geht. Das könnte dann so die absolute Bonus-Mission einfach sein. Besiege Tazandra mit dem Kugelblitz. Das hätte ich dann als Mission theoretisch machen können, so für die ganz Verrückten. So. Und es kann eigentlich auch nicht passieren, dass ich es versehentlich einsetze. Das passt eigentlich soweit. Ich darf es halt nur nicht zu lange liegen lassen. So, das ist das Problem. Hoi. So, ich meine, hier muss ich jetzt erstmal ausweichen. Also, das ist jetzt auch nicht. Ach, schade. Ach, Mist. Ach, Mist. Nein, ich wollte den Stern schlucken. Okay, das wird ein bisschen dauern. Na, ich treff den nicht, ne? Nein, ich treff viel zu selten. Ach, das ist doch kacke. Scheiße, ja, nee, nee. Das wird so nix. Naja, jetzt hat es ein bisschen wehgetan. Aber jetzt muss es richtig gut laufen. Sonst ist meine Fähigkeit weg. Ich würde es so gerne ausprobieren, ob das funktioniert, ne? Weil ich mache es mir gerade bewusst extra schwer, ich weiß. Okay. Okay. Nein, ein Stern fehlt nur noch. Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Aber wir haben es, wir haben es, wir haben es. Ich muss nur noch ausweichen jetzt. Ja. Oh, Brüder, das war knapp. Wir haben es. Oh mein Gott. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Huh. Okay. Okay. Nice. Mach mir hier meine ganz eigene Mission. Mach mir hier meine ganz eigene Mission. Tazandra mit Kugelblitz besiegen. So ein Ding ist das. Jetzt kriege ich ja Energie zurück, das weiß ich. Das ist gut. Ähm, okay. Sehr schön. So, und das hier war Nummer 3. Und ab jetzt muss ich aufpassen, dass ich Woddle D4 nicht verpasse. Aber dass hier noch was sein kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also hier war ja 3. Dann war halt da oben, Mann, die 2. Aber hier war ja auch nichts mehr versteckt neu oder so. Na, da war ja nichts weiter. Und dann geht's hier weiter. Okay. Und jetzt ging's ja aber nur, genau, es ging ja direkt hoch zu Tazandra. Also, dann muss nach ihrer Arena der Woddle D4 kommen. Also, hier ist definitiv nix. So, das sehen wir alle. Hier ist, hier ist nix. Dann muss doch hier irgendwo dann was versteckt sein. Und ich hab's verpasst. Ha, das ist ja verwirrend. Oder war unterwegs einer, den ich nicht gesehen hab. Bei der Achterbahn. Naja, egal. Nein, ich darf noch nicht einsetzen. Jetzt. Ich komm nicht an sie ran. Scheiße. So schlecht, Mann. So schlecht. Ich hab's sobald eingesetzt. Ach, das hätte so cool sein können. Egal. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Aber ich wollte das auch, ich wollte das anders machen. Ach, Mann. Egal. Es hat funktioniert. Also, anders, aber es hat funktioniert. So, jetzt, jetzt muss ich mal hier rüberfliegen. Kann ich da irgendwo hin? Kann ich da hoch? Ist da was? Nee. Da ist nix. Kann ich zurücklaufen? Diesmal? Diesmal kann ich zurücklaufen. Okay. Hat das nen Grund, dass ich diesmal zurücklaufen kann? Hä? War da ein Stein oder so? Und wieso war der Baum jetzt nicht am Start? Alle Bosse waren am Start, aber der Baum nicht. Ja, ist egal. Oh mein Gott, da ist ne Leiter. Ich bin so ein Horst. Oh mein Gott, da ist einfach ne Leiter. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Nein. Ach. Da ist einfach ne freaking Leiter. Du glaubst es nicht. Kann ich da drauf landen? Ja. Kriegt mir das was? Nö. Okay. Okay, aber dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles gesehen. Jetzt müssen wir halt nur noch durch. Okay, alles klar. Oh Mann. Ja, dann ist jetzt alles nur noch Bonus. Dann ist jetzt nur noch Bonus. Aua. Oh Mann. Easy. Sehr schön. Okay. Aber wenn wir schon hier sind, nehmen wir die Münzen natürlich noch mal mit. Und die Kapsel da hinten auch. Ganz klare Sache. Eine Kapsel liegen lassen, wäre ja komplett bescheuert. Die werden am Ende eh nicht reichen, denke ich mal. Fürchte ich. Okay, so. Hier ist jetzt aber wirklich nichts mehr, hoffe ich. Ich meine, man könnte hier noch irgendwie hoch und dann da vielleicht. Aber ich kann hier auch nichts machen. Nein, wird schon passen. Raus da. Raus da. Okay. Holen wir uns noch die neue Windfähigkeit und dann schließen wir den Pfad ab. Nice. Ey. Schade. Hey. Okay. Puh. Ja, aber krass. Finde ich jetzt irgendwie schon cool, dass das mit Tazandra so funktioniert hat. Ist hier jetzt eigentlich mittlerweile was? Ne, immer noch nicht. Also irgendwas muss hier kommen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss da kommen. Ähm. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ich wollte nach Wottlete-Stadt. Genau. Da wollte ich hin. Hat sich da... Ah, vielleicht hat sich da noch mehr getan. Wir haben ja wieder Wottlete's befreit. Hat sich da außer dem Ding was getan? Außer der Rolle? Nein. Okay. Ich glaube, aber es gibt auch gar keine Bereiche mehr, wo es heißt, da wird noch was freigeschaltet, ne? Ich glaube, da gibt es gar nichts mehr, wo noch irgendwelche Schilder... Oh lol, wo kommst du denn her? Okay. Hey. Danke. Danke, liebe Wottlete's. Auch wenn wir eigentlich Gegner sind, aber hey. Jawohl. Ab dafür. Gib mir neuen Wind. Nice. Ich gehe immer auf die falsche Seite. Das gibt es noch nicht. Zack. Her damit. Ui, ui. Das ist ein richtiges Unwetter. Richtiges Unwetter hier. Oh, es sieht irgendwie giftig aus. Ah, also aussehenstechnisch muss ich sagen, gefällt es mir nicht, aber... Ja, es ist halt ein richtiges Unwetter. Das ist natürlich in Ordnung. Ne? Keine Frage. Aber von der Kopfbedeckung her finde ich es jetzt nicht so schön. Weiß ich nicht. Es hat irgendwie... Na... Na, weiß ich nicht. Aber, klar. Behalten wir natürlich. Okay. Was ist mit dir? Wieso hast du so eine Blase? Äh, ja, okay. Hä? Ja. Oh, muss ich mit dem öfter... Ach, jetzt. Ach, jetzt nicht mehr. Ach so, der hatte mehrere... Der hatte mehrere Gespräche einfach noch anzubieten. Ich verstehe. Ich verstehe. Gibt es hier mittlerweile eine neue Arena eigentlich? Nö. Ist nach wie vor nur das... Meta Knight-Turnier. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr kommt. Aber ich weiß es nicht. So, wenn wir schon hier sind, nehmen wir nochmal ein paar Münzen mit. Weil, warum nicht? Aber mehr taucht hier auch nicht auf, ne? Hier unten war da auch nicht noch irgendwann mal ein Schild. Nee, hier war kein Schild, ne? Ne, hier war nur der Ort der Ankunft. Hm. Okay. Dann gehen wir hier raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben erst... Oh, stopp! Nein, er hat was. Ich hab was verpasst. Ich hab ne Rolle verpasst. Wo hab ich denn ne Rolle verpasst? Ich guck doch so genau alles an. Wo hab ich denn jetzt ne Rolle verpasst? Wo hab ich denn... Ich will sofort alle Rollen haben. Was ist los? Was? Es gibt noch ein Secret... In... Mit dem blauen Licht. Okay. 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 Was hab ich da schon wieder übersehen? Das gibt's doch nicht. Also, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das Ding? Da. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das muss dann aber im zweiten Abschnitt sein. Weil da fährt was hoch und runter. Hier am Anfang fährt nix hoch und runter. Das ist doch nicht möglich. Schneller! Oh nein, der... 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 Das hat vorhin schon nicht funktioniert. Das hat vorhin schon nicht funktioniert. Warum probier ich's überhaupt? Jetzt funktioniert's. Tschüss. So, diesmal gehen wir nicht mehr da hoch. Oh, aber ich hätte schon gerne meine Windfähigkeit. Danke. So. Also, folge dem blauen Licht. Hier ist blaues Licht. Hier fahren Maschinen hoch und runter. In einer Maschine hieß es. Hier ist auch blaues Licht. Hier ist auch blau. Hier ist überall blaues Licht. In einer Maschine, die hoch und runter fährt. In einer Maschine. Haben sie gesagt. Da ist noch mehr blaues Licht. Aber blaues Licht ist überall. Das alleine kann nicht das Indiz sein. Oh, ich hab da ne Idee. Ne, hier ist auch... Hä? Warte, kann man hier irgendwo rein seitlich? Es sieht es so aus, als ob da ein Fenster wäre. Ne, auf der Seite schon mal nicht, oder? Hier aber auch nicht. Ne, auf der Seite auch nicht. Oh, ich hab... Oh. Ich hab da ne Idee. Ich hab da ne Idee. Ich hab da ne Idee. Oh, das wär frech. Haben die das gemacht? Es wär cool, aber auch frech. Weil dieses Ding fährt jetzt ganz langsam hoch und runter. Ist da ne Lücke? Kann ich da irgendwo stehen? Und dann ist da so ne Dings drin. Sieht man da irgendwo ne Lücke? Ne, hier seh ich keine Lücke, ne? Ne, da seh ich keine Lücke. Oh, aber komm. Ah, vielleicht komm ich... Ja, ich seh... Ja, jetzt hab ich's gesehen. Ja, okay, alles klar. Ja. Hier ist blaues Licht und darüber. Alles klar. Okay, hätte man finden können. Hätte man... Ja... Hätte ich besser finden können. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist gebombt. Ist gebombt. So, dann schnell zum Ziel. Ey, wie oft wir dieses Level jetzt schon gespielt haben, na? Wo bin ich denn jetzt rein? Ach, das war der Bonusweg. Ja, 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 ja. Wie oft wir dieses Level jetzt schon gespielt haben. Noch mehr Kapseln. Ja, aber wenn wir so oft durch alle Kapseln... Äh, durch alle Kapseln. Durch alle Level nochmal durch müssen, dann bekommen wir eh mehr Kapseln. Oh mein Gott. Ja, das war nicht so gut. Ups. So. So. Okay, das geht auch Wollt gucken, ob es auch ohne Also ganz ohne Automat, auch ohne Fähigkeit geht Und ja, geht Interesting So, den nehme ich jetzt mit, alleine schon für die Münzen Da kann man sich ja nochmal gönnen So Und ab dafür Also, wenn ich jetzt nochmal irgendwann dieses Level muss Dann weiß ich auch nicht mehr Okay, habe ich mal wieder eine Blaupause verpasst Siehste mal Oh Schade Okay Gut, nochmal nach Woddel die Stadt Es ist so unfassbar Es ist so unfassbar Man fragt sich ja bei dem Schlaf, was es dann anders macht als Upgrade Aber es wird mich dann wahrscheinlich voll heilen Weil bisher der Schlaf heilt mich nicht voll Und das könnte mich dann voll heilen Könnte ich mir vorstellen Weiß es nicht So, mein Freund Ich hab da was für dich Tiefschlaf Ab dafür Sehr schön Und er schläft gleich ein Ah, nee, doch nicht Okay, was kann ich damit jetzt machen? Oh, das macht erstmal Schaden auch Und dann kommt so ein Bett Okay Und wahrscheinlich haltet man sich da dann halt mehr Das gibt nen Boost Seht ihr das da oben? 200? Das gibt nen Boost Was? What? Wie lange geht der Boost? Weil hier kann man ja auch so Boost kaufen, ne? Und das ist dieser hier Was ist das? Ist das einfach nur schneller werden? Tempo Plus Für 200 Sekunden Kann fünfmal gleichzeitig erhöht werden Oha, crazy Vor allem, wenn man sich nicht dazu überlegt Die Münzen, das ist jetzt ja überhaupt Also das ist ja überhaupt Das sind ja überhaupt keine Preise, ne? Kann man problemlos machen Aber ich will's ja ohne das schaffen Also brauchen wir das nicht Interessant wäre jetzt zu wissen Ob tiefschlafenden Random Boosts gibt Also ob das auch Tempo Oder ob das auch Angriff Plus sein kann und so Yo, das ist ja super cool Und deswegen zählt jetzt hier die Zeit nicht runter Äh, weil Wir nicht in nem Level sind wahrscheinlich Okay, das ist cool Es wäre cool, wenn das ein Random Boost ist Aber vielleicht ist es auch überschnellig Überschnelligkeit Aber wir werden sehen Gut Nächstes Mal auf jeden Fall Showdown des Bestienrudels Und Wir werden aber hier anfangen Wir fangen hier an Mit dem, mit dem Ding Weltraumentdecker, Schatz Da dürfen wir wieder Ziele abschießen Wahrscheinlich Damit fangen wir an Und dann gehen wir da rüber Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal